Oh, sehr geehrter Herr Höllein, im Rahmen des Fairtime Enhanced Notification Framework möchten wir diese Opportunity nutzen außerhalb der Monthly Payroll einen BW, BW, als Contribution zum Enhancement ihres Skillsets betreffende Steerings und Controllings von Non-In-Land-Vehicles. Das Smart Transportation Forum hat Sie als einen der mehr als 70 Global Transportation Manager gechoost. Was für ein geiles Wort. Gechoost? Gechoost. Welcher waren das Smarter Boating Program unserer Kunden mit Smarter Technology in den 21. Century Shippert. Sehr schön. Smarter Boats in the Cloud. Laut Leitmotiven unserer diesjährigen Go-Bit-Auftritts. So integriert und komprimiert wird sonst nirgends. Wie sonst nirgends können wir dort unser komplettes Verfolge, unsere geballte Kompetenz unseren globalen Boat Places präsentieren. Und mehr als den bekannten One-Stop-Harbor anbieten. An mehr als 100 Demo-Marinas zeigen mir an konkreten Examples, wie Smarter Boats in the Cloud realisiert werden können. Auch bei Buggy Weather Conditions. Die Hose klingelt. Egal, die geht auch noch weg. Naja. Naja. Unsere Value Proposition bezüglich plus die parallel provideten monetäre Mittel werden Ihnen bewusst machen, dass der nun zur Verfügung stehende Value-Ad den PTIs Ihre Person zeitnah extenden wird. Um die Investitionen der provideten Mittel zu kontrollen, bitten wir um Präsentation eines Project Schedules inklusive definierten Milestones, um sicherzustellen, dass der Plan Purpose eingehalten wird. Sie als zukünftiger Dom, Voting Manager for Voting, werden daher aufgefordert im Rahmen des Bomb-IDP, den Progressive-to-be-find-timeframes an Ihren individuellen Boats für erscheint Access Manager und Process Owner, den SPL-40, Non-Land Vehicles and Load Technologies, zu reporten. Nach dem Finalizing des Bomb-IDP sowie dem Archived Skill Enhantments lücken wir vorwärts. Wir lücken vorwärts. Zur Kick-Off-Präsentation der neu erworbenen Smart Boating in the Cloud License. Herzlichen Glückwunsch und Willkommen im Club der alten Bugs. Dankeschön! Die Unterschrift ist sehr geil. Michael Pokorn Senf Nolvbombe. Oh, wunderbar! Danke!